Halbfeuerwehreinsatz Halbfeuerwehreinsatz, hieß es am Sonntag gegen 11 Uhr in Hecklingen am Schloss. Kein Auto dürfte passieren und Menschen mussten die Wiese räumen. Der Grund, zum zweiten Mal innerhalb einer Woche landete der Rettungshubschrauber Christoph 36 aus Magdeburg hier zum Einsatz. Ein Notarzt wurde gebraucht. Schülle, bleibt da vorne stehen! Da vorne stehen bleiben! Das wird heute nicht da. Die Rettungshubschrauber Die Rettungshubschrauber Die Rettungshubschrauber Die Rettungshubschrauber Die Rettungshubschrauber Das war klar, niemand? Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Hallo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.